Ich bin doch in der Pilze drin, lass mich doch raus! Ähm, mir ja? Ja? Mit wem sonst? Ich mach ja schon! Ich mach ja schon! Hast du noch nicht Feuer? Doch! Naja egal! Du kannst unter Wasser, kannst du nix... Eben, das ist Gott! Bleibt mich halt auch keiner! Aber ihr könnt's aber über Wasser anzünden und ich kann... Können wir jetzt rücktauschen? Kann ja keiner versuchen von über Wasser an den Pfeil rein zu löpfen, aber... Ich glaub unter Wasser kannst du kein Feuer anzünden! Hier links und unter ist auch noch was! Die ganzen Explosivwasser hier sehen halt so aus! Wie machst du eigentlich diese Plattform? Diese Eischhorn! Was? Welche? Was mach ich? Die Eischhorn macht niemand! Aber die war auch grad nicht da! Die spielst du denn mal wieder mal oder wie? Ach du kannst die hochholen! Da war noch mehr oben? Ne, oder? Irgendeine Atme hier finde ich Mikro! Das kommt dann wieder an, ja? Das denke ich! War da noch ein Schalter? Ja, da war ein Schalter! Einfach nur ein Schalter! Woop! 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 Aber links geht's irgendwie weiter hab ich das Gefühl! Kann das sein? Genau! Woop! Na gut! Hört sich einfach durch! Leben! Mh! 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 Das ist ein Lust, Chris! Das hab ich auch fast nicht hingekriegt! Das war geil! Musst du mit nem Hammer durchwerfen oder was? Das lass ich euch mal machen! Warte mal! Ich komm runter! Geht's da unten weiter oder geht's hier oben weiter? Hallo? Weiß ich nicht! Frag Stefan! Hier unten ist nur dieses Rill! Dann komm ich erst mal runter! Aber dann brauche ich mal kurz den Krieger! Mh! So! Aber ja! Gib mir den Krieger! Ah sorry! Krieg ich die mal wieder zurück! Schade! Hab mich grad verklickt! Kann ich aber nicht springen, okay? Wenn ich das drin hab, ist das klar! Oder so! Wir müssen uns nur noch mit nem Zauberer rausholen! Zauberer! Ah! Äh! Holt er mich! Ich geh jetzt hier wieder raus! Was? Das geht doch dann alleine auch zu? Du bist doch da selbst zuwitzig zufällig! Drei eingehört! Kann man das irgendwie anhalten? Ich geh jetzt aufschlafen, dass der nicht eingeschlossen ist! Echt geil Leute! Haha! Du hast dich doch selbst eingeschlossen! Nee! Das ist weich! Nein! Bin ich hier links der Schalter! Ach da! Ah! Ich verstehe! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ach ehrlich! Zwei Leute gleiches können das nicht machen! Wie oft denn noch? Dann lass es! Ich hab's übrigens nicht! Weil jetzt irgendwie das mit diesem... Es hat gerade geweckt glaube ich bei mir! Irgendwie hat sich das... Nein! Ich kann das hier anhalten! Du hast gestopft! Ah! Deswegen! Du musst es hier zulassen! Ich kann's wahrscheinlich auch einfach anhalten, wenn man drüber laufen kann! Wie wär der? Stefan! Hast du das nur mit deinem Zug geschafft? Wie hab ich das geschafft? Mit deinem Charge! Wenn du mir nicht ständig reinspringen würdest, würd ich's ja auch schaffen, dass Anzhalter rüberhüpfen kannst! Ich bin auf das Ding gefallen und dann bin ich rübergeholt! Ah ja, okay! Dann müssen wir das nur so timen, dass das dann richtig gedreht ist, Benni! Ja, das ist mir schon klar! Dann brauchst du's gar nicht anhalten! Wieso? Na klar! Achso! Kann doch anhalten! Wie gesagt, dass man einfach ganz normal rüberlaufen kann! Guckst du! Jetzt hab ich's euch gezeigt! Ich hoffe, dass ihr hingeht auch! Ja, aber hier kommt man nicht hoch, Benni! Lalalala! Aber ich komm da hoch! Ach du bist zu normal! Ganz normal! So wie's gedacht war! Wieder runter gefallen! Leben! Ab! 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 Jump and run! Aua! Hier unten hat's da das werk! Wo unten? In dem Wasser hier? Nee, ich hab dem Wasser bescheinlich nicht alles suggestion... Wie... Also hier ist nichts mehr. Ne, bin ich tot! Aber jetzt! Einfach da reinschubsen! Dann mal, dann wird die Maschine kaputt! Oder, keine Ahnung. Aua, Aua. Also ich bin drüben. Doll, Benny. Und jetzt? Jetzt kaufen wir uns ein Eis. Ja. Also die Grafik find ich echt schön, so für ein 2D-Spiel. Das ist echt super. Ja, ich hab leider eigentlich was. Für ein 3D-Spiel. Ja, bin Plattformer. Entschuldigung. Ich bin nicht sicher, dass da raus. Wuh! Ha! Wie geil! Weee! Weee! Hier, das brauchen wir doch bestimmt. Kokosnüsse. Riesen-Kokosnüsse. Da rechts kann man nämlich das wieder kaputt machen. Warte. Jetzt gibt's ein Grundrecht, eine große Kugel. Jetzt kommen wir da rein. Ja. Da oben mal ein Stacheln. Weiß. Jetzt wollen wir auch rechts in den Checkpoint gehen. Ja, das ist auch Stacheln. Wir sind überall Stacheln. Ups! Ich glaub, da kann man die Kokosnüsse reinstecken. In die Stacheln? Ups! Fehlen wir, kann man andere Sachen machen. Ja, gut. Kannst auch die reinstecken. Stimmt, das können wir auch gleich als Plattform nutzen. Ja, wenn ich's hinkriegen würde, dann könnt ich das Plattform nutzen. Ja, wenn ich's hinkriegen würde, dann könnt ich das Plattform nutzen. Ja, dann brauchst man jetzt einmal bloß was hinlegen, dann kann ich weiter. Moment. Hm. Du, du, du stirbst aber auch gleich, ey. Wo ist Stefan eigentlich jetzt schon wieder abgeblieben? Ich bin hier vorne. Ich bin doch in den, in den Checkpoint gefallen, oder was du das jetzt? So, besser? Keine Ahnung, werden wir sehen. Ups! Tot! You don't say, unser nächster. Sehr gut. Geil, wenn du runter schraubst. Ja.